Umwelt, ein sehr wichtiges Thema. Das Umweltbewusstsein steigt immer mehr, es gibt Umweltprämie und 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 somit wird natürlich die E-Mobilität immer wichtiger, auch für uns in den Werkstätten. Hier haben wir jetzt unser Energy-Kick Programm für euch. Hier geht es um Laden von Elektrofahrzeugen, auch bei euch in den Werkstätten. Ihr seid nicht mehr gebunden an irgendwelche festgebohrten, an festen Stellen, Wallboxen, sondern hier mit dem System könnt ihr flexibel laden, an dem Punkt wo ihr seid, an der Hebebühne wo ihr seid oder vielleicht auch draußen auf eurem Parkplatz. Die Ladeeinheit, die PT um seinen Arm rumliegen hat, die gibt es in drei verschiedenen Längen. Einmal 5, 7,5 und in 10 Meter. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit verschiedene Sets zu kaufen. Einmal hier drüben, das wäre das Komplett-Set. Das heißt, ich habe da drin mein komplettes Ladekabel, meine Adapter, 3-polig, 5-polig CEE-Stecker oder auch den Schuko-Stecker für den normalen Hausstrom. Was ich natürlich auch kann, ich kann die Adapter auch einzeln kaufen, wenn ich sage, ich bräuchte jetzt zum Beispiel nur den dreipoligen blauen CEE-Stecker oder ich habe vielleicht dann im Nachgang gesagt, ich hätte vielleicht doch gern das Adapter-Set. Ist das auch möglich? Da haben wir dann alle drei Adapter dabei. Oder natürlich, wie gesagt, wenn ich nicht den Koffer kaufe, kann ich nur das Ladekabel einzeln kaufen. Gar kein Problem. Natürlich sind die ganzen Kabel mit den nötigen Sicherheitsfeaturen wie Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lichtbogenschutz und so weiter ausgestattet. Und wie das alles funktioniert, das zeigen wir euch jetzt mal an der Anwendung am Fahrzeug. In diesem Fall haben wir jetzt hier eine 16-Ampere-Dose. Das heißt, wir müssen adaptieren. Das heißt, hier gehen wir einfach her, stecken den rein, gehen hier rein. Wenn wir 32 kW hätten, also die große rote Steckdose, dann hätten wir auch 22 kW Ladeleistung. Hier bei den 16 Ampere ist es natürlich dann entsprechend weniger. Kabel einmal drin. Ja, jetzt haben wir es angeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt ans Fahrzeug, stecken jetzt einfach rein. Zack. Jetzt hören wir schon, die 16 Ampere waren eingezeigt. Und was ganz wichtig ist, wir verfügen auch über eine Bluetooth- und WLAN-Schnittstelle. Das heißt, mit der Energy Kick App können wir dann uns auch die Stromkosten anschauen. Wir können uns den Ladezustand anschauen. Also das sehen wir dann alles noch zusätzlich in der App. Und wie das jetzt funktioniert am Display, das zeigen wir euch jetzt. Hier ist jetzt so, jetzt haben wir hier ausgewählt. Wir haben ja unsere 16 Ampere-Dose. Jetzt könnte ich hier schon vorweg auch einen kleineren Strom wählen, wenn ich das möchte. Wir belassen jetzt mal bei 16 Ampere. Jens, steck jetzt nochmal den Stecker rein, bitte. Jetzt lädt er. Wir könnten jetzt auch nochmal nachwählen. Wir belassen es jetzt bei den 16 Ampere und gleich geht er über in die Ladefunktion. Unsere Ladekabel sind perfekt für den Werkstattalltag geeignet. Sie sind belastungsfähig und entsprechend der Schutzart IP67. Und alle weiteren Informationen, die ihr benötigt, findet ihr im Beschreibungstext oder auch natürlich in unserem Online-Katalog. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Laden. Stopp, stopp. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte ist, ich kenne die Originalverpackungen, die den Fahrzeugen immer beiliegen. Wir haben hier natürlich unser Adapter-Set in einer unwahrscheinlich robusten Tasche drin. Das heißt also auch, über längere Zeit könnt ihr es immer schön benutzen. Es ist immer sauber aufgeräumt und geht nicht sofort kaputt. Bis dahin. Vielen Dank.